Liebe Kursleiterinnen, lieber Kursleiter, Sie wollen also mit der VHS-Cloud arbeiten. Das freut uns natürlich sehr. Wenn Sie sich mit anderen Kursleiterinnen und Kursleitern der VHS Leipzig vernetzen wollen und von uns regelmäßig Tipps und Informationen zur Arbeit mit der Cloud bekommen möchten, können Sie sich in die Gruppe Kursleiter der VHS Leipzig einschreiben. Locken Sie sich dazu zuerst auf der VHS-Cloud ein. Sie landen zuerst auf Ihrem Schreibtisch. Links unten finden Sie die Option, einer Gruppe beizutreten. Geben Sie hier den Link kursleiterleipzig.vhs.cloud ein. Dann können Sie sich anmelden. Hier finden Sie zum Beispiel andere Kursleiterinnen und Kursleiter, mit denen Sie sich austauschen können. Sie finden aber auch verschiedene Dateien, Anleitungen, wie Sie mit der VHS-Cloud arbeiten können und vieles mehr. Viel Spaß! Ich freue mich auf den Austausch. Ich freue mich auf den Überschreiter. Ich freue mich auf den intensiven Tonnen, wie Sie mit der VHS-Cloud, ein D, Lüber, mit der VHS-Cloud-Lüber. Untertitelung des ZDF, 2020